Durchsuche Munitionskisten oder Kisten bei WickediWick Eine Herausforderung von Woche 1 Season 3 Hier WickediWick Ich kann irgendwie im Kampflabor nicht auf die Karte drücken Entweder ist es ein Bug bei mir oder es geht im Kampflabor nicht Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung in dieser Season Ich kann auch nichts aufheben Achso, ja ok, das ist mein Logo 6 Das ist wie gesagt eine Aufgabe aus Woche 1 Season 3 Das ist eigentlich auch ganz einfach zu machen Hier sind richtig viele Truhen und Munitionskisten bei WickediWick Hier ein offener Tresor, Säger, eine legendäre Munitionskiste Gibt es das? Ich glaube nicht WickediWick ist in der Nähe von Fortilla Oder wie auch immer man das nennt Fortilla Also keine Ahnung Hier auch Munitionskisten Also gibt es echt viele davon in WickediWick Und daher ist die Aufgabe auch ganz einfach zu machen Hier wieder eine legendäre Kiste Das jetzt wahrscheinlich nur, weil ich im Kampflabor bin Sonst hätte ich nicht so viel Glück gehabt Ist da keine Waffe rausgekommen? Ne Lol Hier wieder eine legendäre Und das, weil ich im Kampflabor bin Also wer so viel Glück hat Schreibt mir ja bitte in die Kommentare Wie ihr das gemacht habt Dass ihr so viele legendäre Kiste in einer echten Runde gefunden habt Ich möchte davon dann noch Videobeweis, wenn ihr das schreibt Hier vielleicht noch eine Kiste Glaub ich Also ist echt einfach zu lösen Diese Aufgabe Und ja Leute Wir sehen uns Dann würde ich sagen Im nächsten Herausforderungsvideo Wieder Und dann noch der Skinner Monats Und dann noch Was soll heute noch kommen? Die Woundtour Genau Das auch die Woundtour heute noch kommt Okay, bis dann